Ja das ist mal richtig geil. Boah wie cool. Wie riesig, ne? Das ist mo geil, ne? Richtig fett. Boah, wie cool. Also als erstes geben wir mal den Keller. Die haben sogar ein Essensaufzug hier drinnen. Das ist ja mal krass. Geht der auf? Ne. Aber wie das hier schon aussieht, ey. Wahnsinn, hier war ein Weinkeller. Da haben wir lauter Videokassetten, ne? Richtig cool. Gehen wir mal auf die Terrasse oder in den Garten oder was auch immer das war. Das war mein alter Spielautomat. Hier hängen noch die Weihnachts... guck mal. Krass. De Nicolaus. Hier ist auch nichts mehr. Wie viele Videokassetten hat denn der, ne? Wie viele Videokassetten der hier hat. Und wie groß das hier alles ist, ne? Das war der Heizungskeller. Wahnsinn. Ja, die dicken Drähte sind alle schon weg. Das ist immer Wahnsinn. Puzzle. Boah, schon wieder so groß, ne? Ja, aber extrem. Ist alles nass? Ja, wie groß, ey. Was war denn das hier für eine Villa, ey? Das ist ja schon richtig heftig, ey. Ja. So ein normales Wohnhaus war das ja bestimmt nicht, ne? Mit so vielen Schaltschränken, ja. Sicherung. Das ist ja Wahnsinn. Hier war die Heizung, ne? Geht jetzt noch weiter. Was war hier? War im Wasserspeicher. Ey, wie groß. Wofür kommt man hier nur überall hin? Das war wie gesagt, ey, das war wie so ein Bunker. Guck mal. Hier sind noch Motoren mit Zylindern dran. Die konnten hier die Klappe hier komplett öffnen, ne? Da ist man dann hochgekommen. Ja. Hier mit den Zylindern. Ja, ja. Das ist schon Wahnsinn. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Können wir hier durch. Wow. Ah, hier kann man rund gehen. Lüftungsanlage. Kommst du? Ja. Das ist ein riesiges Haus, ne? Ja. Wie groß da? Ich hab noch nicht mehr gesehen, als wir gewonnen haben. Ja? Ja. Ja. Sophie, William, Oma. Haha. Das war mein Badezimmer. Großes Badezimmer. Boah. Ja. Richtig toll. Geil. Mhm. Tja, wird da so ein Schaltschrank, ne? Ja. So, hier ist auch nichts mehr. Boah. Ja. Das nenn ich mein Wohnzimmer, ja. Das sind ja überall Schuhe. Im Waffeleisen seh ich noch. Mhm. Und hier ist der Aufzug. Der Lastenaufzug. Ja. Sogar die Fabine. Das ist sogar noch in den Schacht, weil die Wand rausgebrochen ist. Und war mal ziemlich krass hier. Jetzt sind wir mal auf dem Balkon hier. Ein Telefon? Ja. Ah, was war denn hier noch? Pudding. Pudding. Sogar noch verschlossen. Sandwich Toaster. Ja. Die Müllklappe. Das ist hier sogar eine Müllklappe, oder ne? Ganz viele Lüftungssysteme irgendwie, ne? Ja. Hier siehst du wie ich meine Speicher auf die SD-Planche. So. Einmal hoch, ne? Mhm. Ja, hier hat's gebrannt, ne? Ja. Da war ein Träger hat's verbogen. Autsch. Mein Haut. Boah, sieht das hier aus. Übel zerstört. Ja, da waren wir richtig schön hier, ne? Mhm. So stell ich ihn mir vor. Es steht noch ein Möbelstück. Mhm. Ein schönes. Ja. So. Hier ist der Maschinenraum vom Aufzug sicher. Ah, der geht hier seitlich auch auf. Deswegen ist der an der Seitenwand keine Wandkarte. Mhm. Cool. Da ist noch die Bremse. Wenn man die öffnet, ne? Dann müsste er ja eigentlich sich noch bewegen, wenn das alles irgendwie festgerostet ist oder so. Wenn man die hier öffnet, ne? Lass dich nicht mehr öffnen. Der hat in Kettoschland ein Seil, ne? Mhm. Gesehen? Ja. So, was ist hier noch? Ob das hier leer steht, weil es gebrannt hat oder ob das hier gebrannt hat, weil es leer steht, ne? Ja. Das weiß man jetzt nicht. Ja. Ich würde mich auch interessieren. Boah, hier sieht es schlimm aus. Oh, nee, oi, oi. Ich darf im Badezimmer. Mhm. Boah, da geht es noch weiter. Oh. Wow. Das war ein Schwimmbad hier, ne? Ja. Die hatten echt einen Pool hier drin. Richtig krass. Muss man nachher mal außen rum gehen. Auch noch ein teurer Kühlschrank. Der war mal teuer, ne? Ja. Geil, oder? Mhm. Und hier war noch eine Bar. Guck mal. Ja. Partyraum, ne? Ja. Und hier ist wohl für wilde Partys gefeiert worden. Mhm. Und hier kommen wir wieder raus. Das ist gut. Wollen wir grad mal hier runter gehen. So, hier über die Garage, denke ich, ne? Ja. Ja. Und groß. Boah. Deren Garage war größer wie die Wohnung von manchen. Föhn. Wie im Schwimmbad. Kompressorabpackung. Guck mal hierher. Hier geht's ins Schwimmbad, denke ich. Ja, hier ist alles so verbrannt, ne? Guck mal her. Guck mal, hier ist das Telefon oder was hier hing. Das ist komplett verschmalzt. Ja, hier ist das Schwimmbad, denke ich. Kann man duschen. Oder die Dusche. Hier muss man erstmal rüber kommen, ne? Ist gar nicht so einfach. Und ich denke extrem baufällig ist das hier. Also hier muss man echt vorsichtig sein. Ja, hier ist das Schwimmbad. Ist Wahnsinn. Kann man plötzlich hier rüber gehen. Das ist cool, ne? Wie das hier aussieht. Ist schon Wahnsinn. Geil. Ja. Das Garten. Ja, da ist der Pool drin, ne? Das ist schon cool. Ja. Kann ich im Sommer noch hier raus. Richtig cool. Dann mal einmal außen rum. Dann gehen wir hin die Treppe runter und dann gehen wir raus. Hier ist noch ein Nintendo 64 Controller. Und hier sind wir ja schon unten. Gehen wir auch hier durchs Fenster. Ahh. Ich scharbe das so cool. Ich appelliere dich um das Wasser rein. Ich schmeiße jetzt, wenn ich das Wasser fülle finde, Dann kenne ich den Wasser rein. Ich nehme die Luft. Ich gehe das Wasser fülle. Vielen Dank.